Bei der Strangsanierung von Wohnkomplexbauten im bewohnten Zustand setzt die Firma Naber neue Maßstäbe. Die Erfahrung auf diesem Gebiet öffnet Ihnen und Ihren Mietern neue und sichere Dimensionen. Sauberes und erschütterungsarmes Arbeiten im Wohnraum wird durch trockene Kernbohrungen realisiert. Dank der Firma Naber haben ihre Mieter am Abend und über Nacht immer fließend Wasser. Und schon nach 48 Stunden können die Ausbaugewerke mit der Verblendung der Revisionsschächte beginnen. In dieser Zeit sind alle Schachtdurchbrüche mit Brandschutzmittel sowie Brandschutzmanschetten versiegelt. Die abschließende fachgerechte Isolierung und Kennzeichnung der Rohleitungen übernehmen natürlich die Profis der Firma Naber. Benethe. 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 Benethe.